Mein Arbeitgeber ist die Firma Birch. Wir vertreiben DIN- und Normteile, Handwerkzeuge, Werkstattchemie, Bauchemie, von kompletter Werkstattausrüstung zu Dienstleistungen. Ich glaube, dass für uns Beratung und Kompetenz sehr hoch geschrieben sind, aber auch dieses Traditionelle und Familiäre wird noch sehr wertgeschätzt und auch weitergekriegen nach außen. Birch steht eigentlich für eine sehr flache Hierarchie und es kann einfach jeder miteinander gut reden und jeder hat ein offenes Aufleben. Am meisten Spaß macht man die Vielseitigkeit, die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und nicht nur im eigenen Team, sondern auch wirklich im Unternehmen, wirklich mit mehreren Personen gemeinsam in Kontakt zu sein und zusammenzuarbeiten. Bis zum nächsten Mal.